In der Dama-Hauptgeschäftsstraße Nummer 11 hat sich ein neuer Telefonanbieter angesiedelt. Und optisch einfach nicht zu übersehen, wurde das Unternehmen in der zurückliegenden Woche eröffnet. Marco Thomas hat sich mit seinem Angebot für die Dama-Region interessiert. Und dass er mit der Idee offensichtlich richtig liegt, zeigte der große Zuspruch am Eröffnungstag. Die Kunden dürfen sich auf Mega-Offerten im Telekom-Base-Shop freuen. Alle Mitarbeiter verstehen sich als kompetente und unabhängige Ansprechpartner für alle Fragen zum Festnetz oder Mobilfunk. Schnelle Datenverbindungen dank OMDS und HSDPR für Smartphones und Notebooks geradezu ein Muss. Im Angebot natürlich auch LTE. Eingeschäft und verzichtbar in moderner Zeit. Der Weg lohnt sich. Telekom Base Vodafone, Hauptstraße 11 in Dama. Telekom Base Vodafone, Hauptstraße 11 in Dama. Telekom Base Vodafone, Hauptstraße 11 in Dama. Telekom Base Vodafone, Hauptstraße 2500 in Dama. Untertitelung des ZDF für funk, 2017